Es ist doch schön. Die beiden sind besiegt. Gut, gut, gut. Warum wohnen die plötzlich jetzt? Ach, Alter, ihr Spass. Das war so klar, ja. Man kann diesem Spass einfach nicht vertrauen. So, komm her, Crocodile. Das kriegst du zu spüren, ja. Kleiner Verräter-Bastard. Das ist mal nicht platt, aber ratzefatze hier. Oh. 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 Das war's für mich. Komm schon Mihawk Ein Schlag noch Also ist der Krokodile der zu für weiteres erstmal auf unserer Seite Komm schon はい Alter Jungen Es ist so ein Feld in echt nichts anderes mehr ein Rein Wo gibt der CP9? So krass interessante Figuren waren das jetzt auch einfach nicht. Okay, das ist einfach so. So krass interessant waren die nicht. Finde ich jedenfalls. So. Was? Er läuft? Okay. Ganz schön mutiger. Okay. Dann werden wir... Bruno jetzt erstmal kaputt machen. Dann hör doch auf abzuhauen, ey. Dann hör doch auf abzuhauen, ey. Danke. Kleiner Pisser, dann, Bruno. Komm doch her, ey. Ja, okay. Alles klar, besiege den Rest des CP9. Let's go to the enemy's base! Let's go to the enemy's base! Hussein, Hussein, let's go to the enemy! Alter, willst du mich verarschen? Jetzt steht der wieder kurz vor dem Wutsu gelöst. Alter, such Raffi, wir sind hier da und helfen dir jetzt erstmal. Bämst, gewämst, Juni. Na klar, kein Problem, Raffi. Das ist ein, was ich bin hier dran. Na klar, nein, 1200 Euro. Auf diese Seite. Na klar, dass ich die licensingen in der anderen Kunde gehst. In der Tatora. Ja, ich sage dir, hier ist, um gut, nachdem dir, dass ich die Sache mal drüben? Ich liebe dich, aber ich darf nicht. Ok, so hier war glaube ich noch ein Schatz gespawnt, da ist er, alles klar, geile goldene Münze, die nehmen wir natürlich gerne mit und jetzt gehen wir zu unserer Crew und starten jetzt den großen Griff auf Robin Ok, Leute, los geht's, Tür sind offen, die Tür sind offen, alles klar Ah! Was? Ich bin der Weg. Ich habe mich nicht mehr an. Oh, ich bin der Weg! 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 Oh, das ist das an, wie der einfach nur abgeht. Ich bin der Weg! So, ich hoffe, das reicht jetzt schon. Tatsächlich, yeah. Sieg, jung, sieg. Okay. Wo kommt der Eisblockplütsch? Ich habe das nicht nur eine Verzweckung. Ich habe keine Angst. Und wie in der Fall der CP9-Fraktion kann ich das? Ich habe das Recht, dass die Kronge-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis. Ich habe nur die Forderung, die ich die Gäste habe. Ich habe das Gefühl, dass die Kronge-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis. Ich weiß nicht, dass du mit dir helfen kannst. Du wirst... Wernig, du bist auch ein Krohige und Krohige, oder? Du bist auch ein Krohige und Krohige und Krohige. Du bist nicht mit dabei, oder? Du bist nicht mit dabei! Wenn du mit Freunden mit Freunden bist, dann mach dich. Kehaaa! Soll ich nicht, Schubel, Kroko-Boy! Was hast du getan? Ich habe gehört, dass die Mugiwara-Shirohie-Legendung der Arbeit von Mugiwara-Shirohie-Legendung. Sie können nicht so schwer, dass ich diese Frau nicht beschleunigt habe. Kroko-Boy, ich denke, dass die Mugiwara-Shirohie-Legendung der Krohie-Legendung ist. Was ist das denn? Die Mugiwara-Shirohie-Legendung ist für die Mugiwara-Shirohie-Legendung. Wenn ein Mugiwara-Shirohie-Legendung ist, wird ein sehr starkes Verschleuner. Was ist das für mich? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich möchte mich auf den Mugiwara-Shirohie-Legendung! Ich bin nicht so schwer, dass ich mich auf den Mugiwara-Shirohie-Legendung. Was ist das? 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 Ich glaube das ist schon fast mein Lieblingscharakter bisher. Kapitel 3 Episode 4 Breche den Bann. Sieht schon wieder aus nach Thriller-Bark so ein bisschen. So ein Gruselschloss. Wir werden es sehen Leute. Ich hoffe ihr seid dabei. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Das Video oder die Videos. Und ihr habt Spaß beim Let's Player. Lasst mich gerne wissen. Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Und ein Like da lassen. Wäre auch super. Ansonsten auch. Wie gesagt. Beim nächsten Mal noch dabei. Ähm. Ja Leute. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Und tschüss. Bordermaker. Huckernhaus. Sch prophets. Huck. Huck.